Hey Bayern, liebe Menschen im Freistaat Bayern, jetzt zählt's, der 8. zählt den Schritt vor der Haustür, jetzt seid ihr dran, das Schöne in einer Demokratie ist, Sie haben es in der Hand, also geh wählen, wähl für gleiche Chancen, für Zusammenhalt in der Gesellschaft, für Gerechtigkeit, wähl für billigen Strom und Klimaschutz, für mehr Klimaschutz, für den Klimaschutz. Warum ist die sogenannte repräsentative Demokratie keine Demokratie? Die repräsentative Demokratie wurde mit der Verabschiedung der Verfassung der USA 1787 von Sklavenhaltern und Großgrundbesitzern ausdrücklich als Demokratievermeidung erfunden. Dies sagte selbst James Madison 1751 bis 1836, Sklavenhalter und vierter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und wesentlicher Autor der Verfassung, Zitat, Der Zweck der Verfassung besteht darin, die Fähigkeit der Mehrheit einzuschränken, einer Minderheit Schaden zuzufügen. Nochmal, der Zweck der Verfassung besteht darin, die Fähigkeit der Mehrheit einzuschränken, einer Minderheit Schaden zuzufügen. Er meinte natürlich seine Klasse, die Großgrundbesitzer und Sklavenhalter. Warum ist die sogenannte repräsentative Demokratie keine Demokratie? Erstens, die Wähler können ihre Wahlkandidaten als potenzielle Delegierte nicht selbst bestimmen. Parteioligarchien geben sie vor durch einen Korruptionsmechanismus, also mit Bestechung und Erpressung, denn sie haben Zugang zu den parteiinternen Machtmitteln, Bürokratie, Geld und eigenen Publikationsorganen. Die vorgegebenen Kandidaten werden natürlich vor der Wahl von den Staatspropagandamedien und den privat-kapitalistischen Mainstream-Medien protegiert. Außerdem erhalten die Parteien Großspenden von Großkapitalisten, denn um deren Interessen geht es der Parteioligarchie vornehmlich. Es ist eine Elitenauswahl-Demokratie, dadurch werden immer wieder nur Hörige der eigentlichen Machteliten gewählt, alles andere wird öffentlich diffamiert und rausgeworfen. Die eigentlichen Machteliten, die mittlerweile supranational organisierte Plutokratie, beispielhaft verkörpert im Weltwirtschaftsforum, werden gar nicht tangiert. So bleiben die Machtverhältnisse, wie sie sind und verschlimmern die Zustände. Zweitens, der Wähler darf alle vier Jahre einmal ein am Händchen geführtes Kreuzchen auf einer vorgegebenen Liste machen und gibt dann seine politische Mitwirkung in die Wahlurne. Die irrepräsentative Demokratie ist nur noch auf das unbedeutendste Elementchen einer Demokratie, die Wahl, geschrumpft. Drittens, die so Gewählten haben vier Jahre einen Freifahrtschein. Baerbock, egal was meine Wähler denken. Es gibt kein imperatives Mandat oder ähnliches, also keine Rückbindung an die Wähler, die sie absetzen könnten, wenn sie nicht nach dem Wählerwillen entscheiden. Sie können nicht für ihre Vergehen belangt werden wegen der sogenannten rechtlichen Immunität, die auch dazu dient ihre Verbrechen, nicht nur nicht juristisch verfolgbar zu machen, wie aktuell ihre Kriegshetze, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete oder ihr Corona-Maßnahmen-Regime, das vielen den Tod brachte und bringen wird, sondern sie geradezu ermuntern soll, zur Verrechtlichung der Verbrechen der Plutokratie, wie das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, Infektionsschutzgesetze, Steuerentlastungsgesetze für die herrschenden, Cum-Ex-Gesetzeslücken nicht schließen, dem Versuch einer Impfpflicht zuzustimmen, Unterlassung von Untersuchungen der Auswirkungen ihrer Corona-Maßnahmen-Verbrechen, siehe Video-Begleittext, Schikane-Gesetze gegen den Mittelstand, Green New Deal, um ihn der Plutokratie zum Frass vorzuwerfen, die Befreiung irgendeiner Verantwortlichkeit für die Impfverbrechen der Pharmaindustrie. Aktuell Der Bundestag unterstützt den Pandemievertrag und die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften der korrupten WHO. Die WHO ist eine von der verbrecherischen Pharmaindustrie unterwanderte Organisation. Bill Gates ist privater Hauptsponsor der WHO und Eugeniker, wie sein Vater. Er verdient Milliarden mit seinen sogenannten mRNA-Impfungen und will mit der WHO eine eugenische Agenda vorantreiben, einem Genozid. Der WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus ist wegen Völkermorders vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt worden. Die UN als Ganzes ist bereits im Rahmen der sogenannten globalen öffentlich-privaten Partnerschaft von der supranational marodierenden Plutokratie unterwandert. Viertens, die alle vier Jahre in die Verantwortungslosigkeit hinein gewählten sogenannten Abgeordneten sind in allen wichtigen Entscheidungen einem Fraktionszwang unterworfen, der von den Partei-Oligarchen angeführt wird in jeder Partei. Diese stehen auf Seiten der Machteliten, denn sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Fünftens, die Regierungen werden meist nicht direkt von den Wählern gewählt, bis auf einige milliardenschwere Präsidenten manchmal, deshalb kam Scholz für viele überraschend wie aus dem Hut gezaubert. Sechstens, es findet kein öffentlicher demokratischer Diskurs statt. Schon mal im Mainstream als Meinung gehört, die Wirtschaft muss demokratisiert werden und darf nicht einigen Großkapitalisten überlassen werden, die die Bevölkerung parasitär ausbeuten. Die Massenmedien werden von den eigentlichen Machteliten, der international marodierenden Plutokratie wie EF etc. gelenkt. Ein öffentlicher Debattenraum, der allen gleichberechtigt zugänglich ist, gibt es nicht. Dies ist aber eine Grundvoraussetzung für Demokratie überhaupt. Über den gelenkten, themenmäßig auf einen nichts beschränkten Pseudo-Debattenraum werden unter anderem auch die Partei-Oligarchien als hierarchisches politisches Torwächtersystem wie in den Talkshows gefestigt. Du darfst in die Sendung, du nicht, mittlerweile findet massive Zensur statt. Und viel gravierender, in den Schulen und Universitäten werden ganze Denkmöglichkeiten unterdrückt. Wer hat schon einmal etwas von nicht-repräsentativen Demokratie-Konzepten gehört wie Rätedemokratie, partizipatorische Demokratie, deliberale Demokratie, inklusive Demokratie etc.? In den Schulen wird mittlerweile offen Propaganda betrieben, wie über den sogenannten, menschengemachten CO2-Klimawandel, der pseudowissenschaftlich begründet ist, siehe Videobegleittext. Dieser dient vornehmlich zum Umbau des ohnehin schon autoritären Gesellschaftssystems in eine totalitäre Diktatur. Und hat mit Umwelt und Naturschutz nichts zu tun. Zur EU im Besonderen, erstens. In der EU darf das Parlament in Straßburg noch nicht einmal Gesetzesvorschläge machen. Das ist der EU-Kommission vorbehalten. Zweitens. Das EU-Parlament darf keine Regierung wählen. Also nicht die EU-Kommission. Die EU-Präsidenten können nicht vom EU-Parlament vorgeschlagen werden, sondern nur, bestätigt, die EU ist praktisch eine Diktatur. Die weltweit marodierende Plutokratie als transnationale Herrschaft der Superreichen. Das sind, circa 2500 Milliardäre wie George Soros, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, etc., und eine Handvoll, Billiardäre wie Rockefeller Clan, Rothschild Family, etc. Solange es Kapitalismus und damit Ausbeuter gibt, solange es ökonomisch unterdrückte Klassen gibt, kann es keine echte Demokratie geben, denn sonst würden die Ausbeuter sofort enteignet und damit entmachtet. Kapitalismus ist ihr ökonomisches und bürgerliche Demokratie, ist ihr politisches Unrechtssystem. Warren Buffett hat ein Vermögen von 120 Milliarden Dollar, geraubt von der Allgemeinheit durch das System Kapitalismus, Warren Buffett, 2006, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen. Lassen wir sie scheitern. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020